Das Event der Branche. Im Zeichen von Aufbruch im Umbruch. Mit Top-Speakern aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Impulse und Diskussionen. Ein Aufbruch in Zeiten großer Verwerfungen. Entschlossen, Veränderungen anzustoßen und umzusetzen. Für mehr Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Ressourcen und Klimaschutz. Fortschritt. Tolle Redner, tolle Gäste, viele Informationen. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Es sind wie immer sehr spannende Gespräche. Für uns ist natürlich immer das Thema digitale Transformation und Effizienzgewinn. Gerade in dem Marktumfeld, was wir jetzt gerade erleben, besonders spannend. Es sind super spannende Themen, definitiv. Super viele interessante Leute hier. Networking ist perfekt. Für mich ist das ein Branchentreffschlecht in heute. Es ist eine Netzwerkveranstaltung mit sehr, sehr starker politischer Komponente. Eine der Veranstaltungen, die man jedenfalls nicht auslassen sollte. Politik und Branche. Zusammen für lebendige Innenstädte, moderne Hotels, innovative Büroangebote, bezahlbaren Wohnraum, nachhaltiges Investment und gute Pflege. Der TDI 2023. Ein Top-Treffen mit 2.500 Top-Vertreterinnen und Vertretern der Branche. Der TDI. Unverzichtbare Netzwerkchance und Branchenhighlight. Ein echter Mehrwert für alle Teilnehmenden. Seien auch Sie im kommenden Jahr dabei. Beim Tag der Immobilienwirtschaft 2024. Am 11. Juni 2024. Im Tempo Drogen. Auf Wiedersehen.